Der schicke Ford Puma Titanium, die Malturit, könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 EcoBoost Benziner erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und künstliche Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. 17 Zoll Räder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Puma schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne, LED-Licht und Demütigkeitsmahne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch das Kommunikationssystem Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. In diesem schicken, super gut ausgestatteten Ford Puma Titanium. Wenn Sie Ihnen viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen Garantie. Gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie.